Oh, wenn wir das Spiel wieder laden, dann kommen wir also aus dem Container raus. Ein herzliches Hallo, da bin ich wieder. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh, halt, wir müssen in andere Richtung gehen. Der Hänger ist vorhin. Lass uns gehen. Ah, nice. Hey, 2B. Why do you think they sent a combat model like you to a recon job? If all they want is intel, we scanner models are built for that kind of thing. Orders are orders. All right, all right. 2B, you're going to have some new weapon reinstalled from here on out. I'll put up instructions for you. Make sure to commit them to memory. Roger. We're going to have some new weapon reinstalled from here on out. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Na dann, let's fetz! Diesmal hat unser Flugmaschine das ganze auch überlebt. Ist das alles so, macht das so ein komisches Geräusch, weil ich so low im Leben bin? Wahrscheinlich. Mittlere Erholung. Wo sind denn die ganzen anderen hin, die wir hatten vorher? Wo ist unser riesiges andere Schwert hin? Die Ruinenstadt. So schaut's auch aus. Target Location acquired. Marking on Map. Proposal. Proceed to Target Location. Die Minimumkarte in der rechten unteren Bildschirmecke zeigt dir das Gelände rum und dein aktuellen Augeinhaltsverband. Symbol zeigt dir dein Ziel, also richte dich danach, falls du dich verlierst. Na gut. Na dann schauen wir mal. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Spieler. Sind die Netzwerkfunktionen aktiviert, kannst du auch die Leiche anderer Spieler sehen. Wenn du diese Leiche untersuchst, kannst du folgendes tun. Bergen. Du hältst vorübergehend drei willkürliche, ausgewählte Effekte, basierend auf den Chips, die der Spieler ausgerüstet hatte. Reparieren. Der Körper folgte und hilft dir im Kampf. Maximal einer. Ein junger Mann sah Maschine an nichts glauben, auf einmal eingestützte Gebäude. Tizzi bohrte ihn. Bergen. Geld. 392. Bedäubung plus 2. Bewegungstil plus 4. Stabilität plus 1. Da ist noch einer. Gemini. Ein sorgloser Android. Bedauerte nichts, während des entscheidenden Kampfes reparieren. Oh, der ist heute privieres. Wurde zu deinem Verbundenen. Okay. Wurde zu deinem Verbundenen. Kann man eigentlich die Kamera vielleicht noch ein bisschen umstellen, weil die lässt sie irgendwie so komisch steuern. Kamera. Vertikale Drehung normal. Invertiert. Ne, das soll ich eigentlich nicht. Vertikale Anpassung. Vertikale Kamera ist, finde ich, als Reaktion auf Spieler. Also wenn wir das Ganze runterstellen, mal gucken wie das ist. Das ist ein wenig. Ja, das ist ein wenig. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ich denke mal, wir sollen einfach ganz nach unten gehen, ich will aber auch nicht unbedingt was übersehen. Es wird zwar jetzt kein 100% Placeful oder sowas, sowas mache ich aber auch nicht. Aber man kann sich ja trotzdem die Umgebung ein bisschen umschauen gucken. Schöne Musik muss man sagen. Wie ist das eigentlich wieder Musik im Hintergrund im Youtube Video, ich glaube da bin ich safe, oder? Oh mein Gott. Überhaupt sogar zahlen irgendwelche neue Regelungen. Bleibt die nicht an? Ja, die weifen mich an! Ja, die weifen mich an! Ja! Ui, ich bin mir auch selber guter, du. Wie ist das? Ah, das ist das. Ah! 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 Wenn man damit was craften kann später, was ist denn da drüben? Hmm. Alert. Access point communications jammed. According to our intel, none of the machines in this area are hostile. We've been seeing more and more enemies like this lately. They just stand there and stare into space. It's pretty weird. I like this. I like this. I like this. Let's see what comes from here. Let's see what comes from here. Let's see what comes from here. I like this. I like this little thing I think I have no idea. Oha? Ernsthaft? Wow, was hat mich da jetzt erwischt? Eine leidenschaftliche Amazonis sei ein paar alte Begleiter während des entscheidenden Kampfes. Wenn dein Charakter stirbt, bleibt dir Körper als Leiche auf der Karte bestehen. Diese Körbe enthalten diverse Informationen, also begib dich zu deiner Leiche, um deinen Hab und Gut zu bergen. Stirbst du erneut, bevor dein vorherigen Körper erreichst, verschwindet dieser. Spielst du noch länger weiter, ohne deinen Körper zu bergen, verschwindet dieser ebenfalls. Warte mal, kommen wir jetzt wieder hoch in die Station? Nein. Wir sind noch hier. Wunderbar. Okay, das hatten wir ja schon. Escape halten, sondern wir spielen. Target location acquired. Marking on map. Proposal. Proceed to target location. Das tat aber weh. Du solltest noch besser wissen, als das versuchen. Nicht sogar ein kaltende Yorva, wie du, würde diesen Fall überleben. Versuch nicht, dass du so schrecklich reagierst, okay? Okay. Wo ist mein Körper? Aber jetzt wird alles respawn. Wir müssen uns nicht mehr schrecklich schmerzen, da und schlägt... ... in den Raum. Es ist ziemlich witzig. So, vielleicht kann man von den früheren Gebäuden... ... einen Torbuch mal drunter machen. Ja, ein bisschen. Okay. Okay. So, vielleicht kann man von den... ... und angeln. Guck mal, angeln. Hallo. Ja. Cool. Erfen. Einholen. Escape. Angeln. Ja. Cool. Der Roboter ist unser Angel. Ernsthaft. Sind ja mal gespannt, ob er anbeißt. Ja. Report. Failed. Wie jetzt fail. Komplett. Okay. Das ist vielleicht ein bisschen seicht, ne? Zum Angeln. Und, kann man sowas abholen? ... ... ... ... ... Ich meine, wer mir bisher zugeschaut hat, der wird wohl festgestellt haben, dass ich voll der Buhn bin in solchen Spielen. Deswegen setz ich mir nach, wenn ich wirklich etwas länger brauche, um mich daran zu gewöhnen. Eines Lager, Widerstandslager. So, this is the resistance camp, huh? We should probably go talk to their leader first thing. We should go talk to their leader first. What is that right here? What is this? We should always ask the cards. Ah, we could save here. Can we do that one? We should go talk to their leader. Map data obtained from Bunker. Data may be displayed from the system menu. Map data, huh? It's hard to get an accurate picture from this. Our satellite resolution isn't so hot. Hopefully they deploy some new satellites soon. A general idea is good enough. You don't let anything get in your way, do you? You're number two. Hm? You know about 2B? Um, yes. Well, the Bunker told me to expect you. My name is Anemone. I'm the leader of the android resistance that controls most of this territory. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of information for you. Please feel free to ask them anything you like. Hm. Hm. It was so good. That's nice. Can you see it? Joseph Foster. Warensted. Joseph Foster. Joseph Foster. Joseph Foster. I want to know... Woher will we have this big weapon ever? Waffen Step 1. Waffen Step 1. Das ist das. Duken Vertrag. Duken Vertrag. Duken Vertrag. Große Fäuste. Haben wir noch irgendeine andere Waffe? Kleiner, Schwerter. Duken Vertrag. Und große Schwerter Kampfarm-Schienen. also ein Kampfarsch, große Fäuste, kleine Schwerter, Speere, was steht denn da, wenn wir auf alle Waffen gehen, alle Waffen? Blose Fäuste. Gut. Mein Filmplan. Willkommen, willkommen. Ich freue mich über jeden neuen Kumpel. Du bist so ein Arhängler und was sorgst zum Widersteuern? Korrekt. Jeder Artikel hier, wo du von Hand hergestellt hast, ist er unabhängig mit einem Teil und jeder Zeichen ist feindlich. Also dann, zum Geschäft. Was kann ich dir zeigen? Was hat der Rönes? Kaufen, kleine Eilung, Erholung besagt, Tierköder, einen Beutel, ein Beutel mit einem Tuf, den Tiere lieben, sie werden nicht davonlaufen. Mh-hmmm. Sollten wir vielleicht davon noch ein paar kaufen. Und wir kaufen auch immer noch 10 davon. Davon werden wir wahrscheinlich jede Menge brauen, verkaufen. Ähm. Kupfererz, Silbererz, Kistall, ich weiß ja nicht, was sowas wert ist, ey, irgendwas nicht, keine Ahnung. Mh, ich lebe alles erstmals durch. Verkaufst du Plug-in-Chips? Du magst die kleinen Dinge, die deinem Körper als Power abdienen, leider nicht. Ich würde dir gerne Plug-in-Chips verkaufen, aber dazu fehlen mir die Rohmaterialien. Also wenn ich diese Rohmaterialien zufällig bekommen soll, dann fände ich jetzt nie gleich ins Geschäft. Aber bis dahin, sag mal, ich hab da eine Idee, was wäre, wenn ihr mir diese Materialien besorgt? Ich habe dieses lahme Bein, das seht ihr, damit komme ich nicht wirklich weit. Kannst du dein Bein nicht mehr reparieren, immerhin handelst du mit Nachschub und Ersatzteilen. Wenn das einfach wäre, leider sind alle unsere Teile für den Kriegsbedarf bestämt. Da bleibt nichts für mich übrig. Ich hoffe, ihr löscht die Vorstellung aus, damit ich wieder auf die Beine komme. Könnt ihr bis dahin vielleicht besorgen, was ich brauche? Okay. 8000 Anfragen? Okay. Also ich brauche eine defekte Feder, ein kleines Zahnarten, einen defekten Schalter. So etwas bekommst du, wo wir feinen, deine Nebose nicht zum versinken, wenn du das Tage verlässt. Target Location Data Obtained. Marking on Map. Eine Nebenaufgabe wurde aktualisiert. Deine Fortschrift bei der Nebenaufgabe kannst du dir in Aufgaben treffen. Das ist definitiv. Das ist auch ein Shop, ein Wartenshop. Das ist ein Wartenshop. Wir beraten, wir müssen. Was darf sein? Chips drauf. Da kann man noch besser. Körber beraten. Körber. Über Körber. Über Körber. Über Fortschriftversorgung. Über Waffen. Zwei Waffenarten können maximal zwei Sets auskostet werden. Probieren sie doch mal verschiedene Rundinationen. Sets können sie mit Delete und Shortcut-Menü gewechselt werden. Über was wollen sie sprechen? Chips kaufen, Sicherungschips, Laser, Illusion, Hammer, Klinge, das ist alles ziemlich teuer hier. Nach der Justierung der Körperarten und Nerven im Kampftest unbedingt neue Chips im Programm einer Hand aus. Ok, wenn ich die Bohle erwähne, dann gerne. Ah, gehörst du zur Jura-Einheit? Ne, was ich auf den Kopf schlage, das ist eine auf meinen Kopf präzierte elektromagnetische Absperrverrichtung, die alle unnötige Situationen generell anlaubt. Nicht, haha. Und was ist dein Anliegen? Bekürte ich etwas? Ich spreche mal. Was ist ein Zugesuch, das bedeutet, dass zu sterben aus und jetzt hingehen und leider im Modus hinlösen? Das Spiel ist zu schwer, habe keine Sorgen. Wo soll ich jetzt durch? Wenn du dich bewegt, soll ich nur recht sein Sieghalter anzeigen werden. Ok, blablabla. Ok, ich hab keine Sorgen. Das war ein lustiger Plausch, komm mal wieder vorbei. Ah, da sind Backmänner. Ah, du gehörst wohl zu Jura. Ich habe gehört, was so schön ist. Ich handel den Kaffeln, wenn dich so etwas interessiert. Welche Art von Backmänner? Im Grunde baue ich eine Lypte der alten Welten nach oder dann prepariere sie. Obwohl mein Werkzeug momentan in ziemlich traurigem Zustand ist, muss ich sagen. Wenn das Warnungsgerät in der Werkzeugkiste da wieder funktioniert, können sie sich wieder warm und reparieren auf den Verkauf. Das sieht wirklich ziemlich hinüber aus. In der Tat, um wie man vielleicht denken kann, bin ich für so delikate Reparaturen nicht gemacht. Soll er selbst hinbekommen? Wir helfen ihm. Im Ernst, das wäre eine große Hilfe. Sieht aus, als wäre der Warnungsgerät durchgebrannt. Er muss es überlastet haben. Ich schätze, vier komplexe Apparaturen dürfen für die Röhrtur reichen. Ich kriege eine Idee, wo ich komplexe Apparaturen finde. Das Eis in der ruidischer Gründe ist, weil ich allerdings soll es da auch vor aggressiven Maschinen nur so blimmeln. Bitte, das warme Händler angenommen. Na dann, schauen wir doch an. Aufmerksamkeit. My trying to create a special language and a special language. Ich glaube noch ein bisschen, ob ich das weiß, wie ich mixe, Weißt du, dass du auch alle verschiedene Karten im Haftaraturen findest. Um dann zu deceitigen Händler ein wenig. Ein weißer Bereich auf der Karte, wo du deinen Spielstand im Spielsystem hinweg speichern kannst, sofern du nahe genug am Zugriffspunkt bist. Mhm. Gut. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit, die Map groß zu machen? So. Karte. Schnell speichern. Schnell speichern. Mit unserer Operation? Not really. I just figured it might feel nice to have some good weather. Feeling nice has no bearing on completing missions. Haha. That is so like you to be. Anyway, talk to you later. Mhm. Guteile. beautifully Mrs. What's the new medicine? Can we meet Yeaah! One five six 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 five five seven six eight zero Çaç Aic Sbellion Das ist so ein versteckter Wunder oder was? Das ist so ein kleines Erwartungsgerät. Okay, that's everything the Supply Trader asked for. Man, these chores are a real pain in the butt, huh? The Resistance is a valuable ally to Yorha. By helping them, we also help ourselves. So no, I don't think they're a pain. Yeah, yeah. Oh, I don't think it's a more Coop. Ah, I don't think it's a real pain in the butt. Oh, no, no, I don't think it's a real pain in the butt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Yo Netniks Why did yaks here, will I'm sorry now Why is no sorry now Why did yaks here now, damn damn fast What the hell? Is that when I double click, or what? I'm sorry 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 That should be enough Let's get these back to the trader I'm sorry I'm sorry I'm sorry Let's get started Let's get started Plantlife has claimed most of the central area Big plants too Report Records show that vegetation has grown to an abnormal size since the departure of humans Hmm, wonder if there are any huge boars and such, too. Große Schweine da oben, aber nicht. Hypothesis, jamming caused by enemies in local vicinity. Und so, was ist das? Und... Was haben wir hier? Ne gut, eigentlich sollten wir jetzt erstmal zurück zu den Händlern. Vielleicht haben die ja coole Waffe für uns. Obwohl, ich glaube, ich habe noch genug Kohle. Aber... Ein Versuches wert. Vielleicht trinken wir uns ja eins, weil wir so nett waren und haben ihm verholfen. Wer weiß. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay. Ah, nice. Können wir da... Ne, da können wir alleine drüber drücken. Vielleicht kommen wir da rein. Zweimal nach vorne drücken und man läuft schneller. Auch ungewöhnlich, aber... Komm mal klar mit. Junge, Junge, das bietet die ja allein. Schau dir das an. Hier bräuchte ich jetzt so eine KMH-Anzeige. Wow. Wow. Das dürfte reichen, um ein kaputtes Gerät zu reparieren. Dann zieh mal einer an, dann bin ich wohl wieder im Geschäft. Freut mich, das zu hören. In der Tat schließlich stelle ich Waffen her, um meine Freundin ein Medizier einzubüben. Obwohl ich mich manchmal frage, ob meine Waffen meine Freunde nicht auch immer schneller sterben lassen. Hm. Mach schon gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Schau einfach in kurzem wieder hier vorbei, ja? Dann sollte ich neue Ausrüstung für dich fertig haben. Hey, da bist du ja. Ach, fast hätte ich es vergessen. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Ich möchte mich für deine Hilfe bedanken. Das hier alles wieder seinen Gang geht. Also. Ein paar Verbesserungsmaterialien. Tierfell, rostiger Klumpen, Kristall, 5.000 Gold und 50 Erfahrungen. Möchtest du sie ausprobieren? Da kannst du drauf wetten. Das ist ein Upgrade. Dugendvertrag. Rostiger Klumpen. Oh, das ist massiv viel mehr Schaden. Können wir auch was kaufen? Oh. Oh. Ein Schwert mit Bestienkönig als Motiv. 10.000. Ich würde sagen, bevor wir das Upgrade, warten wir mal kurz. Weil, wenn der uns auch 5.000 gibt, dann kann man so ein riesen krasses Schwerkaufen. Hey, ihr habt die Materialien gefunden, das ist klasse. Jetzt kann ich mich mit den Upgrade anfangen und das Sachen für euch anfertigen. Könnt ihr mir vorstellen, dass ein paar Teile für die Reparatur deines Beins übrig bleiben? Ja, äh, nein. Warum sagst du das nicht? Dass wir... Was wird hier wirklich gespielt? Ja, mein linkes Bein ist völlig hinüber und mein linkes Bein ist genau jenes, das noch original ist. Ich habe meinen alten Körper während des Krieges schon hunderte Male repariert. Ich habe alle möglichen Teile schon so offen ausgedauscht, dass ich es mir nicht einmal mehr merken kann. Aber dieses Bein, dieses linke Bein, das ist völlig unangelastet. Wenn ich es also ersetze, was passiert dann. Ich meine, wäre ich dann immer noch ich? Oder wäre ich nur... Egal, das ist mein Problem. Wollen wir euch nicht damit belästigen. Sollt ihr bald noch mehr Waren bekommen. Also schaut vorbei, wenn ihr könnt. 3.000 Gold haben wir von denen bekommen. Aber dann haben wir 10.000 Gold und können so ein großes Schwert kaufen. Bei mir habe ich dann eine Hoher Goodman einen Haken zu finden. Haufen. Bäschenverderber oder das Ding? Wie also? Ein Schwert mit dem Bässchenkönig als Motiv. Den will ich haben. Der schaut irgendwie... Der erinnert mich irgendwie an Berserk. Bum! Haufen. Ja... Aber sowas von. Boah, schau dir das Ding an! Hey, als Feuer bekommt ihr diese älteren Waffenmodelle. Oh, die Sophie Inhaberin schickt mir ab und zu welche. Sie heißt Akkord und ist in eigenem Inhaberin. Ich stehe nur am Dresen und sorge dafür, dass die ganzen Reparaturgeräte schön laufen. Ich sehe sie nur alle 2 Jahre malen, um ehrlich zu sein. Sie setzt meinen meist Lieferdron ein. Wo sie die Sache her hat, weiß ich nicht, aber das meiste davon ist in einem und freien Zustand. Solltest du dir je begegnen, dann grüße ich schön von mir, ja? Du kannst deine gekaufte Waffe bei mir auch verbessern. Du benötigst Geld und Materialien, aber dafür werden sie entsprechend stärker. Außerdem kommen je nach Waffenspezialfähigkeiten hinzu. Wenn du Lust hast, probiere es mal aus. Ne, ich habe dafür keine Kohle, Junge. Blank. Ach, hey, ich habe tatsächlich auch eine Bitte an euch. In letzter Zeit gab es viele Berichte über gefährliche Maschinen, die in der Wüste aufbreißen. Das ist sehr ungewöhnlich, daher könnte das ein Hinweis auf eine größere Sache sein. Tja, ich habe gehört, dass ihr, Joa-Typ, ganz gut darin seid, Dinge zu untersuchen. Meint ihr also, ihr könnt euch dieses zueinander einmal für mich ansehen? Na klar, machen wir das natürlich. Danke, ich wusste, dass ich auf euch zeigen kann. Ich werde unsere Verbündeten in der Wüste sagen, dass ihr kommt. Aber seid vorsichtig da draußen, okay? Ja. Hier speichern wir ab, wenn wir jetzt unseren großen Schwer haben. Transport? Bunker. Nö. Nicht einfach nicht. Die Frage ist. Da hinten, rechts, ist auf jeden Fall noch was. Warum es dem hier jetzt... Und? Fung was in der Mitte. Was ist auf jeden Fall. Du bist, glaube ich. Und das ist auf jeden Fall. Das war nicht drauf und ist auf jeden Fall. Das ist hier, glaube ich. Verpflichtet Ihr bereit. Faktet euch in die Tür zu. Das läuft keinicket von! Wartezeit ist das, was die7gemaß. Iiht die Matte, aber ist es so großartig. Ja, wie geht ihm zusammen da? Ja, wie soll er das? Ja, wie soll er das? Also, hier bin ich mir gut, oder? Hey, da sind noch mal zwei. Ich nehme die lieber alle mit, weil er weiß, dass wir mehr als der Killer so killen müssen. Ich nehme die lieber alle mit, weil er weiß, dass wir mehr als der Killer so killen müssen. Ich nehme die lieber alle mit, weil er weiß, dass wir mehr als der Killer so killen müssen. Die Kamera verbindet mich immer noch ein bisschen. Hey, da ist eine Wildsau. Boni ist Level 9. Das waren viele. Die hauen uns ganz schön weg, glaube ich. Weg hier. Wir kaufen die HP. Proposal. Eliminate enemies in vicinity and restore access point immediately. Bereg das Ding, aber auch wenn wir alle mit, wenn eine Glechtesdräger her. Oh, nein. Ist das so gut? Die wollen uns eigentlich jetzt in den Mutierleben hier mal nicht anlegen, die sind alle natürlich kräftig, um euch zu sammeln. High Energy? Oh, hallo! Das ist ja krass. 25? Oh, ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Weg hier aber ganz schnell. Ich glaube, hier ist immer falsch. Ja, aber das ist ja Das war's für heute. Ich bin dann irgendwie an den Roboter aufsiegt. Wie wird das geklappt? Ah! Wuhui! Hm. Da ist die Kurskurser dabei. Keine Gegner hier. Wuh! Was immer schon in W-State? W-State! 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 Die Worte sind auf der Grunde. Wir sind jetzt unsere Anfeuern gegen die Maschine-Leute-Forms in einem Stalemate. Diese Krieg hat viel zu lange gedreht. Ich bin sicher, dass alle von euch die Efforte grühen. Aber jetzt ist das Zeit nicht der Zeit, um zu verabschieden. Jetzt, mehr als immer, müssen wir weiterentwickeln. Remember, dass viele hunderttausend Menschen auf der Moon wollen nichts mehr als ein Zurück zur Erde. Glory to Mankind. Those Council broadcasts are always so stiff. Report. Mail notification received from Access Point. Wow, that's why I'm not even going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. Oh mein Gott, ich hab mich nicht mehr. Meine Güte, das ist toll, Böe. Sie schaut ziemlich cool aus. Oh, aus der Mitte. Ich muss schneller E drücken für die Finisher. Ah. Oh. 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 Gehen wir eben hier zu. Ja. Oh, der schießt. Das war mal wieder super knapp. Ja. Aber ich sollte nicht sagen, diese Schusswaffe öfters noch einzusetzen. Wie haben wir denn da? Wiederstand mit. Hey, unser Leiter sagte mir alles über dich. Mein Name ist Jackass. Schön, dich zu treffen. Ich verstehe, dass du all die Maschinen aus dem Dessert entfernt hast. Ich glaube, das bedeutet, dass wir die Entrennung öffnen müssen. Es sieht aus. So, um, Jackass, war es? Ähm, was machst du hier aus? Hm? Oh, das? Ich? Nein. Mrs. Knallkopf, meine ich. Technik-Bural. Was? Wer öffnet eine geöffnet Garten mit Explosiven? Da muss man einen einfacher Weg geben, oder? Vielleicht? Vielleicht? Vielleicht noch nötig, meine ich. Das ist technisch effektiv gewesen. Was haben wir hier? Was? Pyrite? Aber ich glaube, wir sollten doch lieber mal ein bisschen... Auch wenn ich immer der Ansicht bin, man sollte sich das ein bisschen aufsparen. Aber ich glaube... Das ist jetzt schon sehr low gewesen zu haben. Das ist jetzt schon sehr low gewesen zu haben. Oh! Einen Video-Roboter haben wir da! Diese Kamera für mich ist echt komisch. Kann man das nicht irgendwie unterbinden, dass es so komische Macken hat? Kamera, horizontales Dreh-Dempo. Das wollen wir einfach nicht. Distanz-Kampf. Vertikale Anpassung. Machen wir mal ein bisschen... Vertikale Kamerageschwindigkeit. Auf Reaktion vom Player. Machen wir die mal höher, würde ich sagen, oder? Freie Feindverfolgung. Freie Feindverfolgung. Machen wir auch mal ein bisschen schneller. Hm. Selbstzerstörung ein... Selbstzerstörung ein... Hm. 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 Ich finde, Textur schaut jetzt besser sogar aus. Mit dem erhöhten Textur-Filtering. Hm. Hätte ich gleich von Anfang an einstellen sollen. Warum mal das eigentlich nicht eingeführt am Anfang? Warum mal das eigentlich nicht eingeführt am Anfang? Ja. Jetzt sind wir wohl in der krassen Wüste angekommen. This sand sure is slippery. Careful. We've got enemies approaching. Feinde? We've got enemies. We've got enemies. Wir haben die Ausgabe. Wir sind jetzt so weit. Ich habe gehört, dass sie so lange hier sehen. Aber wir können nicht erzählen, warum. Wir haben das Gefühl. Wir haben hier eine große Fähigkeit. Wir haben hier etwas. Das war's für heute. Da werden wahrscheinlich noch mehr kommen, was das hier tut, wo da oben draufsteht. Ich bin hier mal gespannt, ob uns da die Story noch hinführt. Und ich hoffe mal, dass man herausfindet, warum die jetzt anfangen zu labern, die Roboter. Oh. Wunderbar. Hier können wir nochmal speichern. Und an der Stelle mache ich auch einen kleinen Cut. Wir sehen uns später. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ciao, ciao.